Musik Moin Moin und herzlich willkommen zu einem Werk von Steffen Kind, Kiss Kiss, 60 x 80 cm und in den ganz typischen Farben des Kopenhagenes gemalt. Da ist dieses typische Steffen Kind gelb, das typische Steffen Kind rot und auch ein Schwarz ist dabei. Daran erkennt man seinen Stil bei, ich würde sagen, 95% aller seiner Bilder. Und auch das hier ist ein wunderbares, das ihr für 990 Euro erwerben könnt. Bleibt gesund und munter wie immer. Wir sehen uns und bald geht es euch wieder in der Verlissage. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017